Ein Filmarschnitt, der mit Sicherheit sehr betroffen macht und zum Nachdenken anregt und Anlass gibt. Es ist Christiane F. und Detlef und in diesem Fall natürlich Schauspieler. Ich habe hier jemanden sitzen, zwei Gäste hier sitzen, die das besonders betroffen macht, denn dieses ist der echte Detlef von der Szene der Kinder vom Bahnhof Zoo mit seinem Freund Frank. Mit ihm über den Titel des Filmes zu unterhalten oder über den Film oder über das Buch ist glaube ich ziemlich sinnlos, Detlef. Der Buch habe ich nicht gesehen und den Film habe ich nicht gesehen, aber der Ausschnitt, ich kann darüber eigentlich nicht reden. Der macht mich wahnsinnig betroffen, weil jetzt stimmt einfach nicht was da steht oder was da gezeigt wurde. Und das ist also eine wahnsinnige Sache, dass die Presse, Fernsehen oder irgendwelche Filmleute in der Lage sind, soweit überhaupt zu zeigen oder überhaupt soweit machen zu können. Weil das entspricht überhaupt nicht der Realität, was da gezeigt wurde oder was in dem Buch steht. Ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen, aber das, was ich gehört habe darüber, das, also fixer Love Story und, also das, also das macht mich immer schön betroffen. Also ich habe diesen Film gesehen, er hat jetzt vor kurzem Premiere gehabt in der Bundesrepublik und ich war auch betroffen. Ich habe auch das Buch gelesen und wir haben dich und Frank nicht eingeladen, um jetzt nun die Originale aus der Szene zu zeigen. Und ich glaube, das ist ja völlig, völlig unwichtig, denn das, was du durchgemacht hast, spielt sich im Augenblick in Berlin ab oder in anderen Großstädten. Und hier ist ein Einzelschicksal geschildert worden, was viele, was viele betrifft. Wenn du sagst, es stimmt nicht, was in dem Film, in diesem Filmausschnitt, der da eben gezeigt worden ist, es sei falsch dargestellt, könntest du beschreiben, wie es wirklich gelesen ist? Ja, er könnte vielleicht beschreiben, aber ich will das nicht. Weil, also, ich verstehe nicht, dass das, dass, erst mal die Sache, dass Christiane wurde von den Leuten irgendwie auf irgendwelche, hat irgendeinen Gerichtstermin aufgegabelt und dann haben sie sich gedacht, mal eine Story draus machen, eine fixe Story draus machen. Und dann haben sie, und dann hat sie durch, weiß ich, Übereinflussung oder Nicht-Beeinflussung, weiß ich nicht, hat dann, ja, uns mit drin gezogen. Und, wenn ich mir überlebe, wenn, wenn der, der Klick, der den Film vorher machen wollte, wenn der den Film gemacht hätte, wo ich da als Zuhälter, Mordener, Typ durch die Straßen gelaufen bin, wenn ich mir sowas vorstelle, was, das ist, also wirklich eine Sache. Ich meine, ich bin ein bisschen so, dass, ich bin nun abgebildet, ich war im Stern abgebildet, ich bin in dem Buch drin, und wenn Leute mich erkennen, also, die sind auf alle Fälle beeinflusst durch das Buch. Und jetzt durch den Film, also, ich meine, jetzt sehen sie mich hier, und die bauen da ihre eigenen Fantasien auf, nehme ich an, und, also, ich möchte nicht sagen, dass das irgendwie positiv für mich ist, ganz im Gegenteil. Ja, deswegen haben wir dich eingeladen in diese Talkshow, weil wir dir eigentlich die Gelegenheit geben wollen, zu sagen, dass das eigentlich eine unheimlich perverse Situation ist, in der du dich befindest. Eine Million Menschen lesen ein Buch und psychoanalysieren einen Menschen, den sie nie gesehen haben, aufgrund einer Aussage von jemandem, die auch ja offensichtlich fragwürdiges wurde, dass sie auf alle Fälle beeinflusst war durch den Stern. Ihr seid beide von der in dem Film gezeigten und in dem Buch beschriebenen Berliner Bahnhofszoo-Szene, und ihr seid beide von dieser Szene weg. Wie lange jetzt? Ähm, ich bin seit 78, bin ich. Also, ich kam, ich würde wahrscheinlich auch ein Buch drunter stehen, ich kam 78, wo wir festgenommen haben, und seitdem hatte ich dann, hab dann Therapie innerhalb der, also in der Zeit, in der Hauptzeit, habe ich Therapie gemacht und dann auch dann draußen in einer Wohngemeinschaft, wo ich mich jetzt wohne befinde. Es ist drei Jahre her, alles ungefähr. Seid ihr zur selben Zeit fliegen geworden? Habt ihr zur selben Zeit, äh, vom, seid ihr vom Age weggekommen? Vom Heroin, ja, ne. Ich fuhr ein bisschen früher, das waren ein paar Monate. Ja, das kam durch die, durch die Festnahme, weil ja, alleine hätte ich, glaube ich, nicht aufhören, zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht, weil da war natürlich für mich halt noch, hat es noch einen Reiz gehabt. Ihr wohnt jetzt in Berlin in einer Wohngemeinschaft, ähm, ich könnte mal beschreiben, wie das Zusammenleben da aussieht. Ich glaube, es ist eine andere Wohngemeinschaft, als die hingängigen Drogentiraptien, die es in Deutschland gibt. Ja, das sieht so aus, dass es bei uns, also, es ist nicht nach irgendwelchen Phasen jetzt, wo viel geliefert ist, also jetzt Leute neu kommen, und die sind ja erstmal so, das sind die Neuen und so, die kleinen Arschis irgendwie. Sondern, das ist irgendwie schon gleichberechtigt alle, da sind Leute, die sind schon länger da, Leute, die kommen neu. Und, die leben halt erstmal zusammen, die haben eine gemeinsame Haushaltsführung, richten sich die Wohnung gemeinsam ein, soweit eine Wohnung jetzt neu reingeschafft wird oder so. Denn, das ist bei uns eine ganz wichtige Sache, so, wenn so eine Gruppe zusammen ist, neu, dass sie erstmal rauskommt aus Berlin, also aus dem ganzen Milieu rauskommt. Weil es ziemlich schwer ist, glaube ich, in einer Stadt jetzt, wenn man in einer Stadt jetzt abhängig gewesen ist, und jetzt also diesen Schritt dann machen, dass er einen Bruch haben will, den noch zu schaffen in einer Stadt, also, wenn das alles allgegenwärtig ist, wenn man davon nicht wegkommt irgendwie. Und fährt weiter mit der U-Bahn, sieht weiterhin bestimmte Stellen. Ja, ihr wisst auch, wie wir, wie alle wissen, dass es zu wenig Therapieplätze in Deutschland gibt. Welche Therapie würdet ihr als die sicherste bezeichnen? Könnt ihr das? Nee. Weil, also, ich bin der Meinung, dass es nicht nur von irgendwelchen Therapieeinrichtungen abhängt, sondern in erster Linie von den Leuten. Und, das gibt unter den, bin ich ja mal, unter den Drogenabhängen bestimmte Kategorien von Ehemalsabhängen. Für manche Leute ist es wichtig, eine härtere, also eine härteren Therapieinrichtung zu gehen, weil sie einfach zu labier sind oder sich zu schnell beeinflussen lassen. Oder wiss ich warum. Für andere vielleicht Gegenteil. Also, deswegen würde ich nicht sagen, dass es für alle eine sichere, oder würde ich jedenfalls keine bestimmen, als sichere Therapieinrichtung. In die Welle geschickt, das muss man von Mensch zu Mensch entscheiden. Das Judo ist jetzt so ein ziemlich breit gefächtet und angebotigt, finde ich. Obwohl ein bisschen schade ist, dass er eben halt so Hauptteil, und ich glaube auch ein Hauptteil des Jeldes, weil wir so etwas vorhanden ist, halt, drin fließt in so eine stationäre Therapie. Also, ist ein bisschen zu wenig vertreten, finde ich. Es ist zu wenig vertreten, muss man eher davon geben. In erster Linie heißt aber doch, dass es fehlt an Geld für Therapieplätze. Und wir haben uns überlegt, dass wir, zumindest in dieser Sendung, soweit das überhaupt möglich ist, einen kleinen Teil dazu beitragen und versuchen, euch auf einem anderen Wege, nicht, dass wir euch jetzt 1.000 Mark schon in die Hand drücken und sagen, hier, nun nehmt das mal mit nach Hause, damit ihr, was weiß ich, euch einen neuen Schrank kaufen könntet oder so. Am Anfang dieser Sendung hatten wir den Esbräer von Zürich hier. Er sitzt immer noch da. Esbräer von Zürich hat in der Zwischenzeit ein Bild gemalt. Er sagte auch von sich, er sei ein Künstler. Und dieses Bild, das wollen wir euch mitgeben. Es ist eine einmalige Geschichte. Esbräer von Zürich hat uns gesagt, er malt dieses Bild ein einziges Mal und er wird nie wieder eine solche Sache machen. Es ist eine einmalige Benefits-Aktion von Esbräer von Zürich. Und das hat er ja auch selber erklärt, warum er will nicht gemarktet werden. Und wenn wir den Esbräer jetzt gleich bitten dürften, das Bild zu bringen, ich glaube, er hat es auch anzeniert. Und ihr solltet jetzt dieses Bild versteigern, wo es möglich ist. Ich weiß nicht, haben es alle gesehen. Es steht drauf, der Esbräer hat geschrieben, Züricher Esbräer zugunsten der Berliner Zoo-Kinder, Baden-Baden, der 19.03.1981. Dieses geben wir euch mit auf den Weg. Und der Esbräer hat uns vorher gesagt, Auf diesem Bild könnte man bei seinem momentanen Markwert, den er nicht will, mit 6000 Mark wohl unter die Leute bringen. Aber hoffentlich wird das auch passieren. Vielen Dank.